Das Filtrum ist einer der sinnlichsten Bereiche bei einer Frau und die muss vor allem betont werden. Gerade bei Babys kann man das sehr schön sehen, dass sie ein sehr starkes Filtrum haben, einen Liebesbogen da haben. Und man sieht hier, das wird etwas dezenter werden mit den Tagen noch, aber man sieht hier, wie schön ausgeprägt das hier dargestellt wird.